Hey, ich habe es jetzt erst mal nicht mehr ums Leben. Gange zurück und mache Pasta. Cars auf Schweizerdeutsch. Yololololo! Hey, Unglaubliche sind alle so lieb. Haha, friss den Nidl du Schnäpfe! Puh, das sind richtige Giggeln. Willst du echt ein Güter kaufen für unsere Schultmannschaft zu unterstützen? Halt der Latz! Ich habe kein Geld, ich muss an mein Geh abbezahlen! Puh, deine Mutter. Puh, Puh, Puh!